Heute geht es um AnimeJazz und SVG-Grafiken. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um AnimeJazz. Das ist, wie viele von euch wissen, ein Framework für Animationen bzw. eine Library. Kein Framework, sondern eine Library für Animationen. Damit kann man die steuern, bewegen, interagieren damit usw. Und wir werden eine richtig coole SVG-Grafik nehmen und eine gestagete Animation aufbauen, die wir mit einfach Mouse-in, Mouse-out ein bisschen interaktiv gestalten. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, macht viel Spaß, hat einen tollen Effekt, deswegen legen wir direkt los. Wenn ihr Fragen und Probleme habt und eine Videobeschreibung, ist ein Link zu Discord. Joint dem Community-Server, stellt da eure Fragen. Wir helfen dort immer gern. Oder schreibt doch einfach mal, was ihr mit AnimeJazz gemacht habt. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, viel Spaß und los geht's! So, los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Heute geht es um AnimeJazz und SVG-Grafiken. Und das, ihr wollt, heute machen. Ihr seht hier eine SVG-Grafik. Diese habe ich nicht selbst gemacht, leider nicht, sondern die ist von Adobe Stock. Da war ich ein bisschen faul und habe einfach eine eingekauft und sie etwas modifiziert. Das Ganze, wenn ich das jetzt aktualisiere, seht ihr, es blendet so nacheinander ein. Man hat so eine schöne Animation und wenn ich mit der Maus hier draufgehe, dann seht ihr, die Sonne hat so einen Schein, der sich animiert und die Wolken gehen so ein bisschen hin und her. Das Ganze ist ziemlich easy gemacht mit, ja, wie gesagt, AnimeJazz und damit werden wir heute arbeiten. Grundsätzlich als erstes, mit was haben wir es zu tun? Und zwar haben wir hier meine Standard-Entwicklungsumgebung, nämlich einmal eine Index-HTML, in der wir uns hier gerade schon befinden, eine Main-Sass, hier steht auch schon einiges drin, dazu komme ich später, und eine Function.js, die ist aktuell noch komplett leer. Aktuell sieht unsere Grafik hier an der Seite relativ nüchtern aus. Es ist zwar schon komplett zu sehen, aber sonst noch nicht wirklich viel. Hier eine Seite ist unsere Standard-Entwicklungsumgebung. Wer Fragen hierzu hat, ich habe das alles in einem Video ausführlich erklärt und eine Videobeschreibung könnt ihr euch das angucken. Ansonsten findet ihr dort auch einen Link zu der Live-Demo, also im Prinzip zu Shutterstock, äh, Shutterstock sage ich schon, zu CodePen, wo ihr euch das Ganze ansehen könnt. Grundsätzlich, hier machen wir nicht wirklich mehr, deswegen blende ich das mal wieder aus. Hier oben in der Index-HTML habe ich schon einiges vorbereitet. Einmal lade ich hier unsere Min-Sass, also die kompilierte CSS-Datei rein, und hier habe ich im Prinzip die komplette SVG-Grafik. Diese ist unfassbar lang, ich muss hier mal ein ganzes Stück runterscrollen. Im Prinzip werde ich da gleich drauf eingehen, hier unten verlinke ich dann unsere JavaScript-Datei. Die Elemente, die hier so ewig lang sind, sind im Prinzip nicht wirklich viel. Wenn ich die mal ein bisschen komprimiere hier in der Seite, dann sieht man auch, das ist einfach nur, das sind verschiedene Paths, was heißt, man hat hier, ich mache das mal eben hier oben, zack, man hat hier im Prinzip immer einen Path mit so einem ewig langen Pfad, also das sind einfach die ewig langen Elemente. Und das hier ist zum Beispiel der Mittelgrund, das ist dieser erste Hintergrund, den es hier gibt. Und für jedes dieser Flächen, das sind immer einzelne Flächen hier drin, gibt es halt ein so ein ewig langes SVG-Objekt. Und hier oben habe ich dann beispielsweise zwei Ellipsen, das ist einmal die Sonne und der Schein der Sonne. Und hier haben wir ein Objekt, ein Gehobjekt, damit wir alle Wolken an sich haben im Prinzip. Das sind die Clouds mit dann jeweils, das ist die erste Wolke, das ist die zweite Wolke, die dritte Wolke, vierte Wolke, fünfte Wolke und so weiter. Was heißt, wir haben hier einfach eine ganze Menge verschiedener Elemente, die halt in unserer SVG-Grafik zu sehen sind. Und grundsätzlich machen wir damit nicht wirklich viel. Alles, was hier drin steht, ist im Prinzip eine Standard-Illustrator-Grafik, die ihr aus Illustrator da reinkopiert. Und dann kann man damit schon loslegen. Ich habe hier nur ab und zu die Klassen ein bisschen besser benannt und nicht dieses CLS-XY, was Illustrator halt standardmäßig macht. In unserer Main-SAS habe ich einmal meine Standard-Farben schon vergeben, dann habe ich dafür gesorgt, ups, das ist natürlich nicht richtig, dass wir hier einfach eine komplette Höhe und Weite haben. Also man hat hier im Prinzip, dass alles so dunkel ist im Hintergrund. Dann habe ich Margin Padding mit Box Sizing angepasst und mit diesem Code-Schnipseln habe ich dafür gesorgt, dass unsere SVG-Grafik in der Mitte zentriert ist. Unsere SVG-Grafik, habe ich gesagt, sie ist maximal 80% weit, damit sie immer gleich zu sehen ist. Sie hat so einen kleinen Border-Radius und einen kleinen Box-Shadow. Das sieht man hier, das hängt so ein bisschen, sticht sie ein bisschen hervor und hier habe ich den einzelnen Elementen einfach nur die Farben gegeben, die die einzelnen Elemente haben oder halt hier beispielsweise ein bisschen Transparenz draufgelegt, damit das so aussieht, wie es gerade aussieht. Also das sind einfach nur im Prinzip einzelne Elemente, dass wir damit später arbeiten können. Unsere Function-JS ist noch komplett leer und hier kommt auch das Erste, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir einmal Anime.js installieren. Das geht ganz einfach mit npm install anime.js. Der genaue Textauszug ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Müsst ihr also nicht abschreiben, sondern könnt ihr direkt copy-pasten. Das Erste, was wir dann machen, ist natürlich das Ganze zu verlinken. Was heißt, wir sagen Import Anime from Anime.js. Was heißt, aus unserem Node-Module importieren wir uns jetzt das Framework Anime. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir erstellen uns eine Timeline. Was heißt, wir wollen ja, wenn wir das Ganze aktualisieren, soll das so alles nacheinander kommen. Und das machen wir mit einer Timeline. Das Ganze geht ziemlich easy. Und zwar sagen wir als erstes, okay, wir haben eine Timeline, die nennen wir Let Timeline. Und sagen jetzt, okay, wir wollen eine neue Anime-Timeline haben. Das Ganze ist, wie gesagt, einfach nur eine einfache Anime-Timeline, wo wir ein paar Standard-Floskeln festlegen. Nämlich einmal unser erster Standard-Attribut ist Easing. Was heißt, wir wollen dafür sorgen, dass einfaches so ein bisschen smooth rein- und rausgeht. Und wir wollen dazu auch sagen, dass es automatisch Autoplay ist. Was heißt, es soll automatisch starten, in dem Moment, wo wir das Ganze benutzen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert hier allerdings noch nicht wirklich was, weil wir noch nichts verändert haben. Das Nächste, was wir nämlich jetzt machen müssen, ist, unsere Timeline zu erstellen. Hierzu nehmen wir die Variable Timeline und sagen einfach nur mit einem Attribut, nämlich add, dass wir etwas hinzufügen wollen. So, jetzt haben wir im Prinzip einfach etwas hinzugefügt und müssen jetzt mit Anime.js einfach definieren, okay, was ist unser Target? Was heißt, was wollen wir animieren? Und das Erste, was wir animieren wollen, ist unser Vordergrund. Das ist hier diese ganz dunkle Fläche. Das ist das, was als erstes animiert werden muss. In unserem Fall ist das natürlich die letzte, also der letzte Pass sozusagen. Das hat den Grund, weil SVG-Grafiken grundsätzlich hierarchisch aufgebaut sind. Was heißt, das hinterste Element ist das Erste in dem SVG-Objekt und euer vorderstes Element ist das Letzte in dem SVG-Objekt. Deswegen können wir uns jetzt hier Vordergrund rauskopieren und sagen, wir möchten die Klasse Vordergrund als Element festlegen, als Target. Das Nächste, was wir machen, ist, wir wollen als erstes mal die Opacity. Wir wollen das einblenden und zwar von 0 auf 1. Hierzu sagen wir Opacity, Doppelpunkt und dann legen wir mit eckigen Klammern ein From2Array fest. Was heißt, von Opacity 0 wollen wir auf Opacity 1 animieren. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und aktualisieren, seht ihr schon, es ist eingeblendet. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen das Ganze erweitern. Und zwar sagen wir Duration 250 Millisekunden. Was heißt, wir wollen das ein bisschen verlangsamen. Das Nächste, was wir machen wollen, ist, wir wollen, dass das Ganze sich so ein bisschen von unten einblendet. Und dazu sagen wir Translate Y. Was heißt, wir wollen, dass diese erste Fläche von hier unten schön hier oben reinblendet, währenddessen sichtbar wird. Was heißt, von 250 wollen wir auf 0. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr, okay, es ist so reingeblendet. Geht relativ schnell. Und jetzt kommen wir dazu, okay, jetzt wollen wir den Rest davon abhängig auch noch einblenden. Was heißt, diese nächsten drei Hintergründe, die wir hier drin haben. Und das können wir ganz einfach. Und zwar sagen wir einfach hier hinter, wir fügen einfach neue Elemente hinzu. In dem Moment einfach, whoops, ein weiteres Add-Element. Und machen hier natürlich wieder ein Target. Was heißt, was wollen wir animieren? Und zwar wollen wir dieses Mal animieren alle weiteren Elements. Und zwar habe ich den verschiedenen, whoops, hier ist ein Punkt zu viel, habe ich den verschiedenen Flächen, also diesem Hintergrund, diesem zweiten Hintergrund und diesem Hintergrund hier mit diesen Bergen, habe ich jeweils die Klasse Element gegeben. Was heißt, wir haben hier nicht nur ein Target, sondern multiple Targets. Diese sollen ebenfalls diese Werte hier bekommen. Was heißt, sie sollen aber hier vielleicht ein bisschen mehr. Was heißt, von 300 Pixeln sollen sie auf 0 animiert werden und ebenfalls von Opacity 0 zu Opacity 1. Was wir jetzt machen wollen, das Ganze soll ein bisschen langsamer gehen als die erste Fläche. Deswegen sagen wir Duration 500. Wenn wir das Ganze jetzt aktualisieren, seht ihr, die blenden aber alle gleichzeitig ein. Und das ist irgendwie nicht so schön. Das finden wir aber nicht so gut. Deswegen können wir jetzt ein Delay hinzufügen. Allerdings, wenn wir ein Delay hinzufügen, können wir mit einer zusätzlichen Funktion, nämlich anime.stagger, dafür sorgen, dass jedes einzelne Element einen erweiterten Delay bekommt. Was heißt, das erste Element, da gibt diese Funktion 0 zurück. Das zweite Element, da gibt es 150 zurück. Das dritte Element, dann gibt es 300 zurück. Was heißt, das wird immer, also die 150, die hier drin stehen, sind praktisch die Millisekunden, die mit der Anzahl des jeweiligen Elementes multipliziert werden. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr, dass das alles nacheinander reingefadet wird. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Was heißt, es blendet sich so richtig schön nacheinander alles ein. Allerdings haben wir hier noch die Sonne. In unserem Beispiel haben wir hier drin die Sonne, die so größer wird. Um das zu machen, müssen wir jetzt unsere Sonne ebenfalls hinzufügen. Was heißt, wir sagen hier wieder eine Add-Funktion, das kopiere ich mir jetzt einfach mal hier rein, zack, und sage hier die Klasse Sun, weil wir haben hier oben in unserer Index, ich scrolle mal wieder ein ganzes Stück hoch, haben wir hier oben zwei Ellipsen. Einmal Sun und einmal Sun Glow. Wir wollen jetzt nur die Sun, also die Klasse Sun ansprechen, deswegen hier Punkt Sun. Wir wollen hier nicht die Opacity, also die Opacity lasse ich mal drin, aber wir wollen nicht Translate anpassen, weil dann würde die Sonne auch einfach nur so hoch gehen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die Sonne von klein zu groß wird. Das könnten wir mit Scale machen, was heißt, wir könnten jetzt beispielsweise hier einfach Scale reinschreiben, das Ganze aktualisieren, aber dann seht ihr gleich, was passiert, und zwar fliegt die Sonne von hier oben so komisch da rein. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass die aus einem Nullpunkt hier in der Mitte größer wird. Und das kann man am leichtesten lösen, indem man sagt rx und ry und dann von 0 auf 300. Diese Werte, diese Attribute, vergebe ich ebenfalls hier drin. Was heißt, das ist der Radius, der Radius auf der x-Achse und der Radius auf der y-Achse, dieses Ellipsen-Elements. Was heißt, wir animieren den Radius von 0 auf 300. Und wenn ich das jetzt abspeichere, dann geht das Ganze von der Mitte größer. Dieses können wir löschen, weil wir haben nur ein Element, was Sonne heißt. Und ihr habt jetzt eine Sonne, die einfach direkt so schön einfadet. Was heißt, das funktioniert doch schon mal ganz gut. Aber wenn wir das hier aktualisieren, dann seht ihr, dass ebenfalls die Wolken so Step-by-Step einfaden. Und das wollen wir hier natürlich auch. Was heißt, wir müssen das hier oben wieder kopieren und hier unten noch einmal einfügen und sagen hier Clouds und aber nicht nur Clouds, sondern Clouds und ein Leerzeichen Path. Was heißt, wir wollen hier in unserem Objekt, in den Clouds, die Klammer der Klasse Clouds, wollen wir jeden einzelnen Path ansprechen. Was heißt, das hier returnt uns auch ein Array von verschiedenen Targets. Was heißt, unser Anime-Stagger mit diesem Delay funktioniert hier ebenfalls. Außerdem wollen wir das hier nicht auf 1, sondern auf 0.5, also auf 50%. Und wir animieren hier auch nicht den Wert. Das nächste ist, wir sagen hier, die Duration machen wir mal auf 700. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und jetzt haben wir hier auch den Effekt, dass die Wolken so Step-by-Step nacheinander einblenden. Aber wir haben hier einen interaktiven Effekt. Was heißt, wenn ich hier draufgehe, seht ihr im Hintergrund ganz leicht, dass die Wolken sich bewegen und dass die Sonne so einen Schein hat, so einen Glow, permanenten Glow animiert wird. Das wollen wir hier drin auch haben. Was heißt, wir müssen irgendwie Interaktivität hier reinbringen. Um das zu machen, definieren wir hier oben, wo wir auch unsere Funktion definieren, jetzt eine Konstante und zwar sagen wir SVG gleich, woops, document. und dann getElementById. Und unser SVG, also unsere gesamte SVG-Grafik hat auch die ID SVG. Und hiermit können wir jetzt ganz einfach dafür sorgen, dass wir hier unten unsere SVG und dann addEventListener und hier mouseEnter. Da soll etwas passieren, nämlich eine Function soll ausgelöst werden. Woops. So, und das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und machen hier unten das nochmal und sagen hier, das Ganze soll nicht nur bei mouseEnter, sondern bei mouseLeave auch ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein console.log reinschreibe und sage Enter und kopiere mir das und schreibe das hier rein mit leave und suche mir, ups, nein, das wollten wir nicht, sondern wir wollten die Konsole aufrufen. Und ich habe hier, gehe jetzt rein, raus, rein, raus. Dann seht ihr hier wunderbar unsere Funktion triggert. Was heißt, das funktioniert. Aber wie können wir jetzt eine Animation definieren, die von Anime.js im Hintergrund gesteuert wird? Wir wollen im Prinzip als erstes diesen Glow der Sonne hinzufügen. Und dazu brauchen wir eine neue Animation. Wir kopieren uns deswegen einfach mal diese Funktion hier oben. Ups, einmal das kopieren und das fügen wir hier unten jetzt ein und sagen hier, okay, wir haben jetzt hier SunAnimation und das ist keine Timeline, sondern das ist nur eine Anime-Funktion. Diese beiden Werte können wir erstmal hier drin lassen. Als erstes müssen wir jetzt neues Target vergeben. Was heißt, wir wollen unser SunGlow ansprechen. Das ist wie gesagt hier diese Ellipse mit SunGlow als Klasse und das wollen wir ansprechen. Das ist unser Ziel. Und hier sagen wir, okay, wir wollen jetzt als erstes mal Opacity verändern. Was heißt, wenn wir hier mit der Maus rübergehen, wollen wir nicht immer dieselbe Opacity haben. Was heißt, wir sagen, okay, wieder ein Array von 0 bis einem Random-Wert. Und das Schöne ist, Anime.js liefert uns direkt eine Random-Funktion, nämlich anime.random. Und hier können wir ohne Probleme einfach sagen, zum Beispiel 0.05, und dann 0.1. Was heißt, gebe uns einen Wert zwischen 0,05 und 0,1 zurück. So haben wir im Prinzip jetzt schon eine wunderbare Funktion, die schon einiges kann. Aber wir wollen ja hier auch, wenn wir mit der Maus rübergehen, verändern wir hier ja auch die Größe. Die wird groß und klein. Das Ganze machen wir genauso wie bei der Animation hier oben mit Rx. Machen wir hier unten auch. Nur, dass wir direkt die Größe der Sonne eingeben als Startwert sozusagen. Was heißt, 300 bis 750. Wir können hier natürlich auch nur 500 eingeben. Das ist einfach der maximale Wert, wohin animiert wird. Wichtig ist, dass wir hier zwei weitere Attribute hinzufügen. Nämlich einmal Loop. Was heißt, es soll endlos funktionieren. Und wir müssen Direction Alternate hinzufügen. Was heißt, das bedeutet, wenn die Animation abgeschlossen ist, geht sie automatisch zurück. Weil so hat man diesen Effekt, dass das größer und wieder kleiner wird. Das macht diese Direction Alternate. Das speichern wir jetzt mal ab. Und es baut sich aus. Und im Hintergrund habt ihr jetzt auch schon diesen wunderbaren pulsierenden Sonnenschein. Allerdings wird er jetzt standardmäßig ausgeführt. Und zwar permanent in dem Moment, wo die Seite geladen ist. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir AutoPlay jetzt auf False setzen, damit das nicht standardmäßig passiert. Allerdings müssen wir dafür sorgen, dass wenn wir mit der Maus rübergehen, soll das Ganze starten. Und das machen wir mit SunAnimation. Das heißt, wir wählen uns hier unsere Variable, unsere Animation aus und sagen einfach Punkt Play. Wenn wir das Ganze pausieren wollen, sagen wir hier unten Punkt Pause. Was heißt, wir haben jetzt, wenn wir das SVG mit der Maus verlassen, wird die Animation pausiert. Und wenn wir das betreten mit der Maus, dann wird die Animation gestartet. Wenn wir das Ganze jetzt speichern, seht ihr, es baut sich alles wunderbar auf. Wenn ich mit der Maus hier reingehe, seht ihr, okay, der Schein im Hintergrund wird animiert. Und wenn ich mit der Maus rausgehe, bleibt der Schein da stehen, wo er gerade ist. Wir können jetzt beispielsweise auch hier mal ein bisschen stärkeren Wert ausgeben, damit man das ein bisschen besser sieht. Das heißt, jetzt haben wir mal eine richtig gut deckende Funktion und speichern die mal ab. So, zack. Und in dem Moment, wo wir hier drin sind, seht ihr, dieser Schein wird jetzt richtig pausiert. Wenn ich das jetzt rausgehe, bleibt der halt so stehen. Das Ganze sieht natürlich ein bisschen hässlich aus, deswegen machen wir das mal rückgängig. Jetzt bin ich eins zu weit rückgängig gemacht. Und zwar habe ich unten die Pause wieder rausgelöscht. Das wollte ich natürlich nicht. So, Pause. Jetzt habe ich natürlich hier noch eine weitere Funktion, und zwar die Wolken gehen so hin und her. Und das ist im Prinzip die exakt selbe Funktion, was heißt, das kopiere ich mir mal eben hier rein, und zwar sagen wir hier einfach Cloud Animation, was heißt, genauso wie bei Sun Animation, legen wir eine einzelne Animation fest, sagen, okay, Target ist jeder einzelne Path innerhalb unserer Klasse Clouds, was heißt, wir sprechen jeder einzelne Volkan, und sagen, okay, er soll sich auf die x-Achse von 0 irgendwo hin animieren von 20 bis 100, gebe uns irgendeinen Random-Wert zurück. Duration ist 6000, also das Ganze ist sehr, sehr, sehr langsam. Delay sagen wir ebenfalls Stagger, weil wir haben ja einen ganzen Array von verschiedenen Wolken, wir haben hier mehrere. Hier haben wir Autoplay ebenfalls False, Loop True, und hier unten wieder Alternate, was heißt, das bewegt sich so hin und her. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert erstmal natürlich wieder nichts, weil wir müssen ja natürlich hier unten wieder unsere beiden Elemente hinzufügen, nämlich einmal Cloud Animation Play und hier unten natürlich auch wieder Cloud Animation Pause. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, animiert sich alles schön rein, unsere Wolken blenden ein, wenn ich mit der Maus reingehe, pulsiert die Sonne im Hintergrund, und unsere Wolken bewegen sich so ein bisschen. Natürlich ist das nur ein Beispiel, ihr könnt mit dieser Art, also beispielsweise hier mit Timelines, noch viel komplexere Sachen animieren. Ihr könntet auch beispielsweise die ganzen Kakteen, die hier drin sind, als einzelne Pfade definieren und die einzeln einblenden. Oder beispielsweise ebenfalls die komplette Sonne pulsieren und nicht nur diesen Globen im Hintergrund. Oder eine Endlos-Loop für die Wolken einblenden, dass die so rausfliegen und per Zufall wieder reinfliegen oder so etwas. Das ist alles möglich. Und das hier soll euch einen Geschmack geben, was alles für Möglichkeiten euch zur Verfügung stehen, mit Anime.js richtig coole SVG-Animationen zu animieren, die, wie ihr seht, auch sehr leicht interaktiv gestaltbar sind. Also, wenn euch das gefallen hat, schreibt doch mal unter die Videokommentare, was ihr damit vorhabt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung, Discord oder Twitter, meldet euch dort. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.